Ich hab's gleich zugegeben, dass ich nichts sehe. Es lebe die Wahrheit. Elende Latscherei, hätte ich bloß meine flachen Schuhe angezogen. Soll ich euch mal was sagen? Ich bin gar keine gelernte Bekleidungsministerin. Genau genommen, komme ich aus der Vergnügungsbranche. Es lebe die Wahrheit. Blödes Ding. Dass die Zigarettenverbrüchen sich heutzutage erlauben, die brennen, wann sie wollen. Max? Haben Sie Feuer? Ich muss einen Selbstmordversuch wenigstens andeuten. Das Volk ist gerührt und die Geschichtsschreiber haben was zu schreiben. Es lebe die Wahrheit. Was Sie vorhaben, möchte ich zugegeben wissen. Sie haben das Zeug zu einem erstklassigen Schuft. Und so weiter. Ich geh aus. Irgendwo wird in dem Kaffee was los sein. Kommt ihr mit? Sie war sehr schön, doch leider. Und so weiter. Max? Au revoir. Chris? Vielen Dank.